Hallo miteinander, ich bin Alexandra und im dritten Lehrjahr zur Fachfrauenbetreuung in der Joy Kinderkrippe. Wir fördern junge Menschen, die den Einstieg in die Durchswelt suchen und bilden sie aus. Kein Tag ist gleich wie der andere, darum solltest du Freude daran haben, immer neue Lösungen zu suchen und gerne spontan zu sein. Die Herausforderung ist, jedem Kind gerecht zu werden. Uns in der Joy ist es wichtig, jedes Kind so zu nehmen, wie es ist. Wichtig ist, dass du dich für Menschen interessierst, gerne im Team schaffst und lösungsorientiert bist. An regelmäßigen Sitzungen besprechen wir den Ausbildungsstand und die nächsten Aufträge. Wir arbeiten in einem Team, darum ist es sehr wichtig, dass du gerne kommunizierst und dich austauschen. Wenn ich dich jetzt neugierig gemacht habe, dann bewirb dich doch bei uns. Wir freuen uns! Wichtig ist, dass du gerne kommunizierst, gerne im Team schaffst, 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 gerne im Team schaffst. Vielen Dank.